willkommen liebe world of warcraft freunde zurück zu einem neuen video auf meinem kanal zum start der woche widmen wir uns patch 10.1 blizzard hat nämlich in einem der neueren ptr builds einige mounts hinzugefügt und wir wollen uns jetzt mal anschauen was das für welche sind wie die aussehen und so weiter und so fort schreibt am ende gerne mal in die kommentare welches mount euch am besten gefällt und wir starten direkt rein mit einer schnecki see thing slug heißt das gute stück und es ist halt eine schnecke ohne häuschen dementsprechend das model selbst wurde ja in diesem addon schon ein paar mal benutzt also von der schnecke ist auch nicht das letzte mal wie wir schon auf dem vorschaubild sehen ich muss tatsächlich sagen wenn ich das so sagen darf an und für sich gefallen mir die schnecken mount ziemlich gut aber in letzter zeit wird es ein bisschen overused da wir das ja auch schon hatten in dem patch mit dem mausoleum der ersten und so weiter und so fort also es kam schon alles ein paar mal fort dementsprechend wird es langsam ein bisschen mehr und das ganze viech droppt aus einer truhe in dem neuen 10.1 gebiet dann wird ein mount model ein bisschen überarbeitet spore beds und das ist das neue model welches sie bekommen erinnert mich auch so ein bisschen an diese rochen die es damals gab in dem nasiatar patch die optik sieht denke ich ganz nett aus muss jeder für sich selber entscheiden was er zu dem mount sagt das könnt ihr aber gezielt farmen auf jeden fall da er das bei einem rare mob droppen kann war vorher wohl bei einem händler zu kaufen für münzen jetzt nicht mehr also ich gehe mal davon aus dass man diesen mob dann auch mit mehreren schars abfarmen kann wenn euch das mount super gut gefällt stehen die chancen also ganz gut dass ihr das bekommen könnt dieses viech gibt es dann noch in anderen farben wie das immer so ist dann haben wir es hier einmal in braun das kann man dann bei einem händler kaufen und auch diesen morsel sniffer ebenfalls für 800 vorräte der drachen inseln also das ist solltet ihr noch auf tasche haben wenn nicht könnt ihr das ja schon mal vorher anfangen zu farmen damit ihr auch ganz sicher das mount kaufen können also das ist ganz gut hier dieses mount ist letzten endes nur in anführungszeichen eine erscheinungsform eine vorlage für euren neuen drachen in patch 10.1 gibt es den slither drake zu holen das ist das gute stück was wir hier sehen und den könnt ihr dann mit dem entsprechenden erfolg in eine gladiator rüstung packen sehr langer schwanz dazu wie auch bei dem 10.0 gladiator mount das alles eher so ein bisschen in rüstung gepackt das grundlegende aussehen des drachens wird nicht so krass verändert und wer den gladi titel holt darf sich wieder über dieses mount freuen ebenso gibt es eine saisonale belohnung für alle leute die arena und rated battlegrounds spielen mal wieder eine schnecke wo wir beim thema wären diesmal allerdings in feine rüstung gehüllt mit häuschen und sogar mit einer fahne und gold kettchen dran wunder wunderschön also glaube ich das äquivalent zum fuchsschwanz so ein bisschen das ganze gibt es dann auch noch mal in einer anderen farbe tatsächlich sind jetzt da die oder wie man sie erspielt ist bei beiden gleich angegeben deswegen lasst sich jetzt noch nicht genau sagen gibt es vielleicht nur eins zu holen und da gibt es doch beide aber auf unterschiedliche weisen tatsächlich gefällt mir persönlich die farbvariante von dem ding ein bisschen besser aber geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden also alles in allem zwei pvp mounts eine drachen reiten vorlage eine schnecki und drei spore bett rochen oder so das ist die auswahl die wir bisher haben bin mal gespannt ob uns noch weitere mounts erwarten warten wir es einfach mal ab damit dank fürs zusehen guten start in die woche euch und bis zum nächsten video reingehauen